Willkommen wieder zu meinen Korsettvideos und heute geht es wieder kurz um dieses Korsett. Ich habe das Korsett seit gestern an. Ich habe mir doch ein anderes Korsett entschieden, weil ich ja gestern das blaue lange Korsett an habe. Und nun habe ich jetzt mein Tankkorsett an und ich habe es sogar zugekriegt. Das heißt, ich bin auf 39 cm geschnürt, vielleicht auch sogar 38 cm, was ich erwähne, glaube. Ich habe vergessen, auch viel war es unter 40 cm gewesen. Also 39 cm bin ich definitiv jetzt geschnürt. Es kann vielleicht sogar noch ein paar Millimeter enger sein. Ich drehe mich auch mal oben gleich. Jetzt sieht man nicht mal eine schöne enge Taille. So sieht zeitlich aus. Und so sieht es mir aus. Ich habe sogar so alles zugekommen. Wahnsinn, oder? Hätte ich nicht gedacht, dass ich es heute schaffe. Ja, das war zu diesem Video und es war jetzt einfach nur ein kleines Update und zu zeigen, dass ich wieder weitergekommen bin mit diesem Tankkorsett auch zugekriegt habe. Und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und ich freue mich im nächsten Korsett-Video.